Los geht's! Mit der Bauen und Energie Wien öffnet die größte Baumesse im Osten Österreichs wieder ihre Pforten. Auch 2018 gibt es viel zu tun. Auf einer Fläche von etwa 36.000 Quadratmeter wollen diesmal rund 460 Aussteller die Besucher mit den neuesten Ideen und Innovationen aus den Bereichen Bauen, Wohnen und Energie begeistern. Die Themen könnten dabei unterschiedlicher nicht sein. Von A wie Alarmanlage bis Z wie Zement ist so gut wie alles vertreten, was für das Trauteheim Relevanz hat. Grund genug für DAIBUG, der Messe erneut einen Besuch abzustatten und genauer nachzuforschen, welche Neuerungen und Innovationen sich speziell im Bereich ökologisches Bauen aufgetan haben. Aber natürlich lassen wir auch unsere wahre Berufung, das Heimwerken, nicht außen vor. So haben wir uns im Namen aller Hobbyhandwerker und derer, die es noch werden wollen, umgesehen und die eine oder andere interessante Idee entdeckt. Falls jetzt dein Interesse geweckt wurde, hast du übrigens noch bis zum 28. Jänner 2018 die Möglichkeit, dich selbst auf der Bauen und Energie in Wien umzusehen. Zu entdecken gibt es jedenfalls mehr als genug. Hat dir das Video gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Und nicht vergessen, DAIBUG abonnieren!